wie ja M14 User left your channel ja ok, danke Ey, der Typ der da die ganze Zeit Pau geloadert, wo ist denn der? Ich, das bin ich, hallo, hier, hier Ja, du wolltest doch ein Bloodbag haben oder sowas Ja, ja und das zu essen Ja, warte Alter geil, und die CCO? Liegt die noch unten? welche die schalldämpfer ja die habe ich jetzt eingepackt die packe ich dann oben in oral ach so alles was das herz begehrt man also hier hast du mal dann ist fucking bullshit alter das ist ja Hacker Kiste Alter Lohen der Herr Heckmann Aja ganz abhängig er liegt noch ein Haufen Alta Alter krank im Kopf seid ihr ihr seid doch ich kann jemand kommt schon noch mal ganz nach unten da liegt noch ein bisschen was weiter 6 g 17 und ich brauche die 17 oder 10 es ist doch die SD-Magazine G36 st ist drunter ja brauche ich ja das sind welche ich glaube das sind zwei stück oder so ich glaube die 36 st habe ich auf den track gepackt oder sie liegt noch hier aber es danach ist die ganze auch benutzen das ist das geile glaube ich nehme erstmal die Warte empfehle dir eine nimm dir die m4a3 habe ich mir aufgenommen die ist richtig geil die hat er ja die hatte er schon dann nimm dir die AKM dem 4a1tc usd im oral ok cool danke bald vor Ort hält so was spielt die Saiger oder gehen aber mit mir unter Thomas ich gehe auch mal runter die Saiger ist ich gehe auch mal runter als er wird alle unterbar und leute mega lekt mega lekt go 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 das kommt davon wenn mich lange genug alleine lässt verhandeln erheben sei alle laufen Soll ich noch irgendwas einpacken, die G36 ST oder so? Ich pack die ganze ST Muni ein, okay Leute? Hey, ähm, brauchen wir noch irgendeine Muni im Besonderen, dass ich die einpacken soll? Alter, Alter, kommt mal hierher auf die Bildschirme, hier ist Windorf 7, oben auf dem Bildschirm hier. Echt? Wenn er ganz genau hinguckt, da ist Windorf 7, wir müssen mal ganz genau unten links in die Ecke gucken. Das ist Windorf 7. Ja, genau. Ah, ja, wir haben hier verlaufen, Alter, ja, da. Kommt mal hier in den Computer. Hey, habt ihr ein Lager, oder? Ja, hier, guck mal an den PC hier. Guck mal, an den hier. Ich bin in den G17 Magazin, eins zumindest. Guck mal, guck mal gar nicht, hier an den großen, an den großen hier. Guck mal ganz genau links in die Ecke rein. Das ist Windorf 7, man. Ja. Da ist Google Chrome geöffnet. Also, dann nimmt man auf jeden Fall die Munitionsdinger mit, ey. Äh, hier unten liegt noch eine M4A1, G36C, AKS 74U und AKM. Alter, der Typ, also Max, du bist richtig krank, ey. Ich weiß. Aber im guten Sinne, aber im guten Sinne, ey. Ha, 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 ha. Alter, wer hat da geschossen? Ich nicht. Der kriegt jetzt so aufs Maul, ne? Und Spaß, der Erste, der hier unten in den Bunker reinkommt, ist tot, ey. Thomas, was? Thomas, du bist tot. Ich bin ein Wilder, der nicht gespawnt. Ich schau mal in die Baracke, ob da noch irgendwas Wichtiges liegt. Ich geh wieder hoch. Kommt mir, äh, kommt mir wer nachher in die Baracke? Geh mit. Schnerzeln, schnerzeln, schnerzeln. Objekt, ja, er ist jetzt zwei, ne? Hier ist, wir sind bei Objekt Y. Lol, hier ist ja noch mehr Bullshit. Lol. Dönerheck, Alter. Lol, lol, Döner, Dönerheck und so. Steht, steht ein Rind, ein Viegel. Ey, Leute, was gibt. Seid jetzt fertig? Nein. Nein. Geh, du lachst, du stürfst nicht an, denn... ...dönerheck, Dönerheck. Ne, denn, fünf Minuten, also sechs Minuten noch, geht das? Gib uns doch ein bisschen Zeit, okay? Alter, ey, da ist voll die Cheetah-Giste, die Max hat gemacht, ey. Ja, was? Max hat eine Cheetah-Giste gemacht. Alter, wir haben die, wir hatten dreiviertel Stunde unten alle in Objekt Act 2 gelassen. Allein in Objekt Act 2 gelassen. Lol, lol, alter, 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 bis wir... Keine Werte. Braucht noch wer eine Map? Wisst ihr was hier liegt? Wisst ihr was hier liegt? Wisst ihr was hier liegt? Irgendwas? Was? Nein. Ra, 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 Raketenwerker. Einmal, einmal 136. Ein Praten. Ey, kratz, zeigt, dass da ein Flugzeug ist. ja wo ich dachte wir gehen jetzt noch zur Baracke, wo ist denn die? Lass die in der Baracke aus schauen, oder? Ne, schaff ich nicht allein. Die ist gleich beim Hintereingang. Das reden zu viele. Alter, Chris, komm. Moment mal, es hat gerade wirklich jemand den Raketenwerfer gefunden. Oh mein Gott, da ist ein Reifen drin. Leute, da ist ein Reifen drin. Kann jemand den Reifen mitnehmen? Ich hab nichts mehr im Inventar frei. Alter, das sieht so geil aus, die liegen alle schön im Kreis. Das sieht so bombo aus, ey. Also in der Röhre ist ein Reifen drin. Und hier ist ein Engine Part, noch ein Reifen. Und noch eine Toolbox, drei Toolboxen. Drei Reifen. Ich brauch eine Toolbox, ich brauch eine Toolbox. In welcher Röhre? Drei Reifen, drei Toolbox. Legt die oben drin in die Toolbox? Die ist auch in dieser Baracke neben dem, neben dem Ding. Schau mal her, wer ist denn das da hinten? Das ist... Ja, wie ist das? Kann mich jemanden abholen? Thomas, komm mal nach rechts, Thomas. Äh, falls ihr, äh, noch Platz habt, können wir jemanden, äh, Dings mitnehmen, die Toolbox. Also hier können 50 Waffen rein in die Karre, also wir können ruhig noch ein bisschen suchen, ne? Wir stupsen Tobi dann an, wenn wir fertig sind. Jo. So. Da sind drei Reifen drin. Und eine Toolbox noch. Will jemanden eine Saiger mitnehmen? Äh. So gerne mit Shotguns. Alter, die Tier 4 Bullshit drinnen, ey, das ist so krank. Boah, alter, weil weißt du was, wenn du ein Spiel auf schlechter Grafik spielst und es dann danach auf guter Grafik, dann ist es noch geiler, ey. Oh, ich freu mich jetzt schon auf morgen. Ne, dein Rucksack ist auch voll? Shit, mein Rucksack ist auch voll. Könnt ihr? Dann packt oben alles in den Ural. Ja, das geht nicht, ich kann nix rausdroppen. Ich bin bis oben hin komplett voll, ey. Dann geh nach oben und packt einfach alles in den Ural. Stimmt. Das ist ein Spaß. Äh, warte, wo sind die Geer, 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 Geer. Da. Toolbox. Oh, mein Blutzack ist hinter mir. Geh. Na, hier, nur Windsk. Okay, ich lock mich jetzt schon mal aus. Ich weiß nicht, auf dem Haufen müsste eine sein. Okay, ich bin disconnected. Ich stupf's mal revös an. Nein, warte! Noch nicht, Alter! Noch lange nicht, Mann. Nein, das, nein, das spawnt aber dann die geile Scheiße wieder nach. Ja, aber trotzdem noch nicht. Ja, aber da haben wir noch ein klein wenig Zeit, kommt. Soll ich, ähm, soll ich die 2G17 Max einpacken? Kann einen Reifen mitnehmen. Mit dem Bluthaufen ist nichts. Hier ist auch nichts. ich hätte so richtig geile Scheiße haben wir noch nicht gefunden alle Wettbewerb für mich eine Mästigung also nur für Mord geht jetzt war er noch nicht erinnert ja er hat mich angestürzt ja er weiß wie viel krank scheiß hier unten liegt er Prozent und bei wem bedankt man sich wie die das Worte lasst ihr doch von Tobias eine geben nach nein nö 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 muss nicht sein in der Baracke da beim hinteren Eingang von da oh tut mir leid da wurde jetzt gemacht also wir ein der Wurst der eine Reifen weiß es nicht Thomas der Kauwiel wenn es alle drei Räder mit ist noch der Rpk dann können wir auch den Pick-Up denn sie ist hier unten ist noch ein Rpk gespawnt wie viel braucht denn ein scheiß Reifen ich glaub zwei oder sechs sechs Blödsinn Alter wo ist jetzt die scheiß Map diese komm mal kurz weg Block User left your channel noch ein Kilometer so ok wo bist du ja hier beim Bunker so trau außerhalb Bunker die Baracke ist genau da hinten bei der hinteren Einfahrt schau da wo ich hinziehen ok da reinziehen nee da fiel noch hinter mir her scheiße renne einfach in die Richtung dann findest du schon ja schau beim hinter beim Tor einfach so warte ich muss jetzt noch die Reifen da reinpacken hier ja glaub das wird bald voll sein alter ich hab wir brauchen diese Reifen aber wofür Auto reparieren welches Auto zum Beispiel den zum Beispiel nur als Beispiel den dann so